Und damit herzlich willkommen hier zum, ja, kurz vor dem Spiel gegen den Spitzenreiter Karlsruhe. Wir sind dicht vor ihnen, haben drei Stärkepunkte mehr. Was sagt man denn? Kämpft um jeden Ball. Ich glaube, das ist angemessen. Karlsruhe und damit auch hier herzlich willkommen im Wildparkstadion zum 2-Liga-Spiel, 23. Spieltag. Karlsruhe SC gegen Rot-Weiß Erfurt, ja, der Käpt'n hier der Mannschaft, an der ist er gar nicht, ist er gar nicht. Ja, Dirk Erleshausen kennt uns ja noch zu gut, jahrelang hier gespielt in Erfurt, hier groß geworden, aber jetzt muss er nicht eingreifen gegen Tim. Ich glaube, er müsste hier einen Kevin Möwald noch kennen, wieder mal eine Möglichkeit. Was denn? Erleshausen lenkt hier gut mit von Tim. Möwald versucht es auf links, doch Lade Neude wirft in den Ball ab. Wieder eine Chance, Schien trifft dann aus Spitzenwinkel. Jawohl! Möwald ist durch und jagt den Ball hinterher, aber Tim Möwald lässt sich von Dirk Erleshausen leicht nach außen abdringen und trifft dann aus Spitzenwinkel einen Flachschuss. 1-0 Rot-Weiß Erfurt. Jawohl! Wichtig! Nachdem wir, ja, zuletzt einen Transfer-Coup, ja, durchaus bekannt gemacht haben, ist es schön. Durchaus, jawohl! Jabo für den Strafraum mit Ball gegen Kevin Möwald, der mit Ball direkt zu Kyle Beckermann passt, der umkurft dann Strafraum Christoph und auch Erleshausen. Sieht nicht gut aus, jetzt nochmal Riesenchance in Karlsruhe, wieder für uns, Konto-Chance, Rot-Weiß. Tim hat ihn noch ohne 1.000 vor sich. Versucht es mit dem Heber? Vorbei. Vorbei. Schade. Hätte er klappen können. Jetzt waren sie gegen den Spitzenreiter. Eine gute Partie hier. Ich sag's noch. Wenn wir das Spiel nicht machen müssen, dann liegt es uns besser. Gegen Favorit dieser Teams. Eckball Sander. Favorisierte. Ja, Zentimeter am rechten Kasten vorbei. Kommt so. Schade. 2,5 Zeit. Schön. Campbell muss noch ein bisschen besser werden. Limbomber muss nochmal wieder wach werden. Lass uns genauso weitermachen. So sehe ich das nämlich genauso. Ich will euch zweimal ein bisschen hier gerade die Erfahrung jetzt mal, wie gut ein Spiel nochmal loben. Warum auch nicht. Und weiter so, sag ich mal. Das war vielleicht gar nicht so gut, weil ich das geradezu jetzt im Spiel war. Aber wie dem... Ja, geradezu kommt. Campbell quer zu ecken, damit... schon ein guter Dienst erwiesen. Eckball Karlsruhe. Man will es natürlich zu Hause nicht... hier vom leichten Außenseiter zurückdrängen lassen. Jetzt sind wir dran. Chance für Rot-Weiß, es klar zu machen. Nachio Scheidt jedoch am Heranstürmen. Björn-Orlishausen. Schade. Gelbe Karte jetzt für Jabo. Kommt zu spät gegen Turb-Marx. Gut, wie geht die Aufstellung? Ich will sehen... Ich will sehen... Jao. Ich will sehen... Halimi. Ich will sehen... Allein schon wegen der Frische. Und ich will ihn mal wieder sehen. Warum auch nicht? Warum auch nicht? So. Sturmtemp... Tim macht eine ganz gute Partie. Also warum nicht? So. Weiter geht's. Alle Auswechslungen jetzt... Geschehen ist übrigens... Für mich die letzte Folge. In dieser Aufnahmesession. Aber ist ja noch ein bisschen hin. Wir sind ja erst in der 6. Diese Aufnahme ungefähr. Jetzt ist noch für uns die Möglichkeit. Traut kriegt Sport bei. Die Auflang wird überraschen. Na vorstor. Tim dann heran. Kopfball. Setz diesen aber knapp daneben. Ist bekanntlich auch vorbei. Nochmal Flanke. Jao. Diesmal hat den Dr. Olaus... Dirk Orlishausen vorher... Pflückt ihn runter. Doch nicht noch ein bisschen leiser. Oh Gott. Jao. Verpasste Strafraum. Passte die Mitte. Zum Glück. Der Zahn wird ein Einschieb. Doch der Junge findet... Befindet sich vorher im Abseits. Der Entscheiden hier war hier so... Der Marder kommt jetzt raus für den Must. Das heißt... Dieser junge... Junge alter Sack... Max... Kann sich jetzt um den Must kümmern. Dass er nicht irgendwie noch einen kleinen... Gigi-Streich rausholt. Max fängt sich auch gleich nach diesem Jabo eine Babykarte ein. Okay. Jaa... Keine nicht mehr gut vorstellig zwei. Haha. Schon zwei die körperlich und schon gut zimperlich sind. Schau wo geht er vielleicht raus. Ein jünger Spieler kommt rein. Und... Gigi-Junier 62 und so verkehrt. Klar zu konnotiert. Aber zu umständlich setzt sich... Jaa... Mast vorbei. Dann wird's rauer. Krebs kommt jetzt in der Park. Das heißt für U-Max... ...kommt ein neuer Gegenspieler. Krebs hat ganz schön abgebaut. Natürlich... Hab ich stärker im Hinterkopf. Aber... Gut... Wie gesagt... Riesen-Schlag sitzt im Tattoo für uns. Fünf gegen vier über Kevin Möwald. Tim hat es nur noch vor Oushausen vor sich. Wer pass auf Giau genau reinschieben muss. Uuuu... Uuuu... Giau... Warum? Das tut an der Rührendmode nicht gut. Das weißt du Giau. Jetzt sind wir brandgefällig. Hier Lapis von Christoph. Der Möwald in Spielbrück. Irgendwann verschlüsselt. Beziehungsweise knapp. Nächste Möglichkeit. Ich rief rein. Super. Ecke von Parker. Teamsteig zum Kopfball. Christoph ist ein Monk-Ernball. Halt und kann die Ecke leeren. Christoph hat alle möglichen Möchte durchgeführt. Aber Rotweiß macht weiter Druck. Wieder Möwald wird schön auf Tim. Wer verzieht. Der muss so groß gewachsen auf den Möwald reißen. Und wieder Rotweiß. Hach Leute. Riesenmöglichkeit. Das macht es 3-0-Leute. Tim hat es vollgestohlen. Er hält einen schönen Steil zur Lage von Giau. An Strafen ist wieder clever. Ab und zu Möwald. Der will als Zerfner Trocknen ins Tor. Der will als Zerfner Trocknen ins Tor. Ja. Der will. Wir schaffen es mal wieder. Komischerweise nicht. Jetzt noch einen draufzulegen. Das legt sich mit Jemals an. Möglichkeit. Es ist eine ungenaue Eingabe von Giau. Aber Tim kommt aber trotzdem irgendwie in Richtung Tor. Ja. Der Oleshausen ist vor Ort. Müsste es trotzdem gewesen sein. Wir führen mit 2-0. So. Das wird auch wieder ungefährlich. Aber. 2 Minuten nach der Zeit. Das sollte es gewesen sein. Nochmal eine Möglichkeit für uns. Plusphase. Nochmal Angriff von Erfurt. Mit einem weiteren beiden Strafraum. Mit einer Rolle. Verfehlt aber. Gut. Das muss es gewesen sein. Schluss für vier. In Karlsruhe gewinnen. Der Dienst kann man jetzt wirklich mal sagen. E2 zu 0. Und Dirk Ullushausen auch der bessere gewesen. Bei uns war es Giau. Naja. Naja. Auch Möwald zwei Vorlagen. Schön. Die Ergebnisse. Aua. Verliert gegen Hannover. 1 zu 3. Erfurt gegen Karlsruhe im Wildparkstadion mit 2 zu 0 gewonnen Spielvereinigung Kreuter 4 besiegt Sandhausen 3 zu 1 Bochum gibt Augsburg eine Klatsche und 5 zu 0 Leipzig gegen Eintracht Braunschweig 2 zu 1 Dynamo verliert wieder diesmal 0 zu 2 zu Hause gegen Ingolstadt 1860 und Pauli trennen sich unentschieden mit 2 zu 2 Union gegen Düsseldorf 1 zu 2 und Bielefeld gegen Aalen 0 zu 1 Ein Blick auf die Tabelle verrät 38 Punkte, Punkt gleich mit Fürth Ein Punkt vor Pauli, die es leider verlernt haben, uns zum Glück zu gewinnen Jetzt einige Unterschieden hier in Folge Augsburg ist unser nächster Gegner, jawohl, bei uns zu Hause Übrigens 3D Spiel Und dann hier Könnten wir sogar noch mal rankommen Wenn wir ganz viel Glück haben, könnten wir noch mal rankommen An den Relegationsplatz Es sind 10 Punkte, es ist eine ganze Menge Holz Auf dem Abstieg haben wir nichts mehr zu tun, das ist sicher Wir haben trotzdem meines Erachtens Das sehen wir auch hier, wenn wir uns die Spitzenplätze hier angucken Hannover, Karlsruhe und Düsseldorf Zu viele Gegentore bekommen Das selbe Problem hat auch 1860 und Augsburg Tore schießen, okay Da können wir voll mit anstinken Da ist nur Augsburg und Hannover besser Aber ansonsten Ja Die Stimmen Was sagen wir? Der unbedingte Wille ein Tor zu erzielen zu wollen hat gefehlt Und dann in den Gegentoren müssen wir einfach besser verteidigen Der FCO aus Erfurt hat dann die individuelle Klasse, dies zu nutzen Sebastian F., ein Fan aus Erfurt Tore schießen, kein Regen Seit langem mal wieder, wenn wir ehrlich sind Wir können mal ganz kurz Die Ergebnisse noch mal durchgehen Hier haben wir ein Tor gekriegt Also 1, 2, 3, 4 Vier Spieltage mal ohne Gegentoren Das ist nicht gut Das ist gar nicht toll Spielerstatistik, haben wir schon gesehen Halimi, Beckerman und Marx Halimi hat es sogar geschafft zum Spiel des Spieltags gewählt zu werden Glückwunsch hierfür Team Leistung Hier befinden wir uns Ja Nicht mal, nicht ganz unten Wie jetzt Augsburg, sondern Endlich mal wieder oben Wo wir auch Ja, hin müssen, hin gehören Oh, haben wir böse Verletzungen hier einzufangen Die arme Sau Ja, Kreuzbandriss ist nicht zum Lachen Hannover war der erfolgreichste Team im Winter Das ist doch schön Unser zweiter verliert wieder Das ist nicht schön Wir sind beim Transfermarkt, Leute Auf Platz 1 Auf Platz 1 Wenn das mal nichts ist Haltet euch fest Schön, oder? Und vor allem Ablöser frei Ablöser frei Jemals akzeptiert Schreck lehnt ab Schade Parker freut sich auf gute Duell Das glaube ich Halimi hat neue Erfahrungsstufe Sauber Besser Halimi jetzt mit der 73 Schon wieder Das ist Na gut, er spielt die Moral Und die super Form mit rein Aber ansonsten auch hier Wir haben uns mal an die Grundstärke Die 69 Beziehungsweise die 71 Durch die Erfahrung Noch minus 2 Ist schon brach Ja Wie sieht denn bei ihm Trainingsziele aus? Nur wichtige mal reinnehmen Schusskraft, Beweglichkeit Muss man nehmen Oh ja Dann nehme ich das mal weg Und nehme mal die Beweglichkeit mit rein Da muss noch ein bisschen mehr kommen Von Besser Das wird auch mal Jetzt ein Hauptaugenmerk werden Ballkontrolle Das kann er noch eine 90 hochpeitschen Er ist erst 20 Und ich hoffe echt Können wir kurz sehen Welche Durchschnittsum 3,17 Da muss noch ein klein wenig mehr kommen Da braucht noch ein paar Einsätze Dass er so über diesen Schnitt Von 2, noch irgendwas kommt Und dann Können wir durchaus noch einen Talentpunkt dazu gewinnen Mannschaft der Woche Hier können wir jetzt auch mal Mit den Leuten reden Alles Leute aus dem Mittelfeld Halimi können wir nicht sagen Schade eigentlich Beckerman auch nicht Turben wahrscheinlich auch nicht Nein Barker voll sich auf Duell gegen sein Bruder Das ist klar Jemals akzeptiert Schön Er lehnt es ab Können wir trotzdem nochmal Nein, okay Kein Problem Trainingslager beendet Und Scouting abgeschlossen Bei Bochum Team A-Jugend Hier will ich immer mal gucken Deswegen lasse ich sie ja scouten Ob die hier ein paar Juweler drin haben Aber irgendwie Düsseldorf Düsseldorf 1860 Hat eigentlich immer mal was dabei Aber ihr seht es ja Nichts gescoutet Nichts und gar nichts Wen haben die in der zweiten Selbst da wissen wir nicht wirklich was Was ist Mach bis traurig Hier in der ersten Das ist natürlich klar Hier unser Backspieler Das kriegt er von mir auf Wie jetzt Jetzt wechselt er zu Salzburg Muss ich das jetzt verstehen Ne, nicht wirklich Oder Ach egal Wir haben dann einen ganz anderen Spieler Also den Julien Queen Spieler vom FC Bayern So Konrad Hat Streit mit Das Konrad Co-Trainer machen Hat sich bei Flanken verbessert Schön Das würde ich echt gerne Ja, aber Fehlt trotzdem noch einiges Sind wir ehrlich Gehen machen noch ein Stückchen voran Wir gehen voran Immer weiter Auch wenn wir Augsburg jetzt nicht überholen können Freude macht's schön Nicht überholen können, aber Wir können ihn doch Ziemlich nahe kommen Oliver Kirch verlängert Kein Problem Wir haben da Auch da haben Haben wir ihn? Hamburg Ich weiß es jetzt Ja, haben wir schon sicher Weil wir durch die ganze Spielabstutze heute War ich mir jetzt echt unsicher So, okay, weiter Kleine Stückchen weiter Komm Gut, 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 gut Wir haben dasselbe Level jetzt wie Markus Lewandowski jetzt Albtrom, der Nürnberger Oha Sind die unter die Räder gekommen? Ja Es geht Dortmund besiegt laut Nummer 2 zu 6 Wie sieht es in der 1. Liga aus? Wir können mal aktuell nachschauen Nürnberg auf dem Abstiegsplatz Also alle Aufsteiger hier Geschlossen Unten Die 2. Liga Und kennen wir Die 3. Liga Oh, guck mal an Hansa Rostock ist mit oben dabei Schön zu sehen Genau wie Osnabrück und Chemnitz Wenn ich sehe Dortmunds 2. Liga aufsteigen Wir in Wiesbaden Das sind 10 Punkte Unten Ah, Cottbus Das ist nicht so toll Holstein Kiel auch nicht so schön Und Regensburg Alles nicht so toll Geh es mal einfach mal durch Notset Sagt mir gar nichts Bin ich ehrlich Oldenburg Als Aufsteiger Okay Regional Liga Nordost Das ist Hertha 2. Da würde ich mir tatsächlich Noch wünschen Dass es Magdeburg Oder Babelsberg schaffen würde Wir müssen Entgegen aufpassen Dass wir Nicht hinter Jena rutschen Regional Liga West Sportfreund Lötte Das ist in Ordnung Die 4 Mannschaften Die hier noch mit spielen Zumindest 3 Borussia Ja hier ist dann halt doof Südwest Offenbach Okay Und Stuttgart kämpft Stuttgart sage ich Ich sage Brücken kämpft mit Und Regional Liga Bayern die Bayerns Zweiter Aber auch Spielverein unter Haching Noch Dabei Ist das So ganz im Mittelfeld Hat sie mir Wird verlängert Okay Und da ist richtig Dass sie das machen Das ist richtig So weiter geht's Weiter geht's Im Herzen dieser Schönen Stadt Mit den Wunderbarsten Fällst sie nicht ein Jeder hat's Du bist Glanz und gloria Unser FCA Lalalalalalalala Lalalala Lalalalalala Lalalala John Parker war Die Saison bereits 21 Mal erfolgreich Das heißt Sie müssen ihm Wirklich Jemanden Auf die Füße stellen Hilft nischt Zimmermann Für Camden Allein der Form Deswegen was willst du denn hier er ist ein bisschen zicken macht gut so bombe wir gucken uns doch die form an ja da fällt es mir nicht schwer allein bei der form schon hier fällt es mir weiter nicht schwer halimi diese er wird in der zweiten halbzeit wieder reinkommen auch wenn er jetzt schon eine super form hat er kommt in zweiter halbzeit ich kann es einfach nicht erlauben einen stabilen möbel sagen wir es mal so wenn er eine schwache form hält dann okay aber so will ich es nicht erlauben rauszunehmen auch zimmer hat eine starke form das ist gut ist so schön ich glaube nächstes jahr wird man mal ausleihen pop band eine sehr beliebte pop band ist in der stadt und glücklicherweise zeit gleich zum nächsten heimspiel auf die nach freiwillig hat und sinkt um 10 prozent er holt sich von den muskelfasers wird kaya peckermann hat sich mit der neuen situation sehr gut zurecht gefunden er gewinnt eine zusätzliche spielerstärke schön gefällt mir gefällt mir wirklich er hier braucht neun na gut limbon bis gerade nicht so in top form malte so und tschüss wir haben uns sogar noch zwei die tschüss sagen können ist nicht das problem tschüss sagen sind weltmeister so das ist unsere b-jugend leute gut euch das mal an 54 50 1 die könnten oberleger könnte es schon bestand haben vor allem er hier nicht schlechter specht so hier du die billen noch mal unten nach hause tschüss wir haben wir echten stürmer problem mit der b-jugend in der a-jugend da muss noch jemand hin jemals jetzt eine 60 damit so besser als teilmann na gut da man und dankbarer aufgabe für ihn er muss bis so buster werden hat er denn trainingsziele ich schneide schon mal wieder voll und ganz aber aufgrund dessen setzt danach eine pause kommt für mich muss ich jetzt vorbereiten was geht machen wir mal so spieler gespräche das körperlich stärker werden nimmt an ok hier muss ein bisschen was kommen ergebnisse sind nicht ganz so pralle gegen wen spiel sind als nächstes gegen wacker nordhausen thüring derby gut vorbeiziehen können sie aufgrund des torverhältnisses nicht aber sie könnten wenigstens punkttechnisch anschließen na gut gehen wir in die taktik hier würde ich sogar platz sagen ich gebe einen kleinen poni mit so vergleich dem rein michael und es ist hart sander werner mary so nimmst ihn weiter vor und du nimmst ihn hervor war es wollte auch ein guter spieler durchaus auch schon etwas älter aber hätte auch ganz wacker finde ich das ist hart das ist ein hartes team hier das gilt ist auch erst mal zu knacken aber das möge die sorge vom zukunftsprober sein wir gehen die aufgaben noch mal durch nach stärke so hat beckermann wird im nächsten jahr dann kapitän werden so so freistöße von links ok rechts so kämpel machen das für ein blödsinn so hast du schon besser und ecken ok 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 so hammer scott bericht hat bislang noch nie ein nutzer meisterschaft gewonnen in laufung steht die mannschaft 23 spieltag auf platt 5 die mannschaft insgesamt ist derzeit nicht besonders gut in form aber konditionell ist es eben stark druck gekommen ist es zeit ein schwachpunkt des teams gut zu wissen das größte scheint schon parker zu sein er allerdings vertraglich langfristig gefunden am arsch besondere gefahren schon parker ist diese saison der liga bereits 1 anstora zieht rohl blub ist besonders kopfball stark und baba wird extrem hart und zweikampf starke verteidiger dann hier bei der spezialist für präzise vorlagen er kann ein spiel alleine entscheiden ja doch wir haben ihn jetzt die mangel genommen mehr können wir nicht machen das heißt spiel speichern unter let's play erfurt speichern oh gut das heißt für mich ich guck mal in die zukunftspläne noch dann haben wir eine halbe Stunde so jetzt Augsburg dann Sandhausen ich werde sogar schon als grün dargestellt ok dann Braunschweig Pauli Aalen Hannover Ingolstadt Dresden Düsseldorf Union Berlin 1860 und das war's 3D Spiele werden Augsburg Hannover Dresden allein weil es Ost-Turby ist weil es ein gutes Ost-Turby ist und dann 1860 zum Abschluss nochmal nochmal guck mal nochmal in die Berlinenspieler rein wird sich ja gewünscht ja van Bergen kommt auch zurück schön Bräuchstedt auch schön 19 Tore gemacht er hat sich ja verbessert hier der Deutschschädter der ist gut der ist gut stark geworden Jungmann ja Tim Meier Bänder der Deutigen hat sich echt gemausert nicht schlecht eine 61 das ist ein guter Wert den werden wir auch nächstes Jahr verlängern und dann daraufhin gleich wieder verleihen für ein Jahr er kommt halt leider nicht zum Einsatz das ist ein bisschen schade das ist verschenktes Potenzial aber das ist naja blöd Bänder 65 auf 64 das ist auch gut ja passt passt wackelt hat Luft wir sehen uns dann in der nächsten Folge bis dahin im 3D Spiel FC Augsburg gegen Rot-Weiß Erfurt im was wo bei uns gell bei uns ist das oder? bis dahin bis dahin tschau tschau bis dahin